Musik Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Also Florian. Und wir laufen, siehst du unten die roten Stangen? Ja. Das ist unsere Laufrichtung, genau da müssen wir hin. Auf drei. Eins, zwei und drei. Los. Los, los, los. Und weiter, weiter, weiter. Super. Rennen, rennen, rennen. Rennen. Super. Alles gut. Jetzt setzt du dich gemütlich rein. Super gemacht. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. Siehst du schon gemütlich drin? Du kannst die Arme jetzt hinter den Gurt machen auch. Die Kamera nach hinten nimmt. Sehr schön. Super. Ich weiß nicht, wie es blüht da ist, dass wir gehen ein bisschen hoch. So, fr beyond. Var ich sie. Super. So, jetzt fahren wir mal in den Kopen und gucken mal zurück. Cool, siehst du, wie gestartet sind? Ja. Mal da. Mal leben. Seht ihr die weiße Kuppel da unten? Auf die Hügel, da ist so ein Gebäude und oben drauf ist so eine weiße Kuppel. Das ist eine Wetterstation. Und wir wissen jetzt Wetter hier von Klapp. Siehst du da rechts vom See, die große Wiese? Da sind noch ein paar bunte Punkte drauf und auch Gleitschirme. Da können wir landen. Bist du kalt? Oder gehts? Super. Merkst du das Piep? Jetzt hast du gezogen. Jetzt gehts wieder runter. Durch den vielen Wolken gehts nicht mehr so richtig gut hoch. Heute Morgen war viel Sonne oder war das besser? Wir dürfen hier bis zu 2100 Meter auffliegen. Das Problem ist in der Nähe von Klagenfurt. Klagenfurt ist die große Stadt. Und da gibts einen Flughafen. Und da fliegen große Flugzeuge und die fliegen hier oben drüber. Deswegen würden wir nicht noch höher fliegen. Sonst könnten wir mit dir zusammenstoßen. Das ist natürlich blöd. Jetzt gehts weiter. Dann war es vielleicht auch nicht in der Mittagspause. Ich glaub, die wird länger. Ich glaub, die wird länger. Der Flughafen ist es glaub ich noch nicht. Siehst du die Bucht da drüben? Geradeaus. Da fliegen wir jetzt hinten. Guck mal. Deswegen kommt das Boot vielleicht. Ja, hinten. Siehst du da wo zwei Boote nebeneinander sind? Das weiße Ding im Wasser. Ich glaub das ist ein Gleitschirm. Die Finanen gehört immer Akrobatik fliegen. So Loopings und sowas. Und manchmal passiert es dann, dass alles Wasser fängt. Wir machen das nicht. Ja, die Leute, die was machen, die haben extra so Rettungswesten an. Die pußen sich automatisch auf, wenn man ins Wasser fällt. Wenn du magst, können wir mal so eine schnelle Kurve machen. Spirale heißt das. Und dann wird man so ein bisschen in den Sitz gedrückt. Ich kann das aber sehr gut. Also da passiert nichts. Nur wenn du losstasten. Ja? 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 Ja. Ja. Ja? Ja. Ja... Ja... Ja? Das ist ein blödes Knospark. Cool, oder? Einfach rennen? Genau. Beim Landen machen wir es so. Einfach rennen. Ganz simpel. So, jetzt müssen wir erstmal nach der Windrichtung gucken. Man muss nämlich immer gegen den Wind landen. Man muss ja nicht ganz so schnell rennen. Überstart, das haben wir auch gegen den Wind gemacht. He, nee. Dann landen wir drüben auf dem Feld. So, auf den. Auf den. Und drinnen. Kein Problem. Alles gut? Ja. Super. Super. Super Florian. So, Moment. Ich befreie dich gleich. Hallo. Servino.